jo leute was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen video hier auf diesem kanal ich bin es wieder euer jastin und ja leute heute der shop vom ich muss gesagt leute 9.3 ja leute wir haben schon mal den 9.3 und ja hier seht ihr einmal noch mal alle items jetzt hier die heute drinne waren einmal mit dem neon paket neuer immortal büro fahrt habe ich mir geholt finde ich eigentlich ganz nice ja hier seht ihr es einmal und leute der neue marvel skin der vor paar tagen rausgekommen ist venom schon lange dringend black widow halt alle marvel rein skins und ja dann leute ja ich wollte euch hier noch mal zeigen leute ich werde vielleicht diesen kapier streamen und diesen hier vielleicht auch muss ich gucken und für die die es nicht wissen dieser kapier 11 märz ist donnerstag ist um 18 bis 21 uhr und dieser cup ist von 15 bis 18 uhr laut jetzt aber leute hier steht irgendwie wartet hier steht irgendwie davon fünf jetzt auch von 15 bis 18 uhr und ja man kann ja halt diese diese sachen bekommen und ja leute was kommt heute in den shop das erfahren wir jetzt ok leute einmal gangnam style dann adeline in der und der variante propeller stäbe flばkeller stäbe flotter flöter fliikern flieger keine ahnung leute modmando ist auch wieder drinne what the fuck mit flügel rücken lampe Flatterkäfer Und ja, Leute, dann Flobber mit Krötenschild Dann Scambi Glitzernde Streiterin Ist wieder da, Leute Knieklatscher Und Leute, natürlich die Musik, die da gerade war So, fertig Und ja Leute, das war auf jeden Fall der Shop von heute Der ist diesmal Ein bisschen kürzer gehalten Weil sonst gibt es hier immer drei Reihen Aber Leute, einmal diese zwei Reihen hier Und dann noch die ganzen Marvel Skins Beziehungsweise die ganze Marvel Reihe Hier alles, Leute, im Shop Wirklich alles Laserbeam ist auch drin Ähm, Leute Laserbeam wird Safe Bis zum Minimum Samstag Drinnen bleiben noch Also, falls ihr euch ihn holen wollt Holt ihn euch noch Weil Der nächste Skin, der dann reinkommen wird Ist Dieser hier Der hier wird dann als nächstes Reinkommen Und zwar der hier Würde ich jetzt mal so vermuten Und ja Dann würde ich sagen, Leute Wenn euch das Video gefallen hat Lasst euch gerne einen Daumen nach oben da Ich weiß, Leute, heute ging alles ein bisschen schneller Weil ich bei einer Minute erst das Video angefangen habe Wie gesagt, lasst gerne einen Daumen nach oben da Vergesst nicht den Kanal zu abonnieren Und die Glocke zu aktivieren Wie gesagt, Leute, an alle nochmal Entweder stream ich die Cups jetzt die Tage Die die Tage sind Oder spätestens, Leute, nochmal schon zum 5. Mal oder so Ist aber nicht böse gemeint Zur neuen Season Und dann würde ich sagen, haut rein Bis dahin und Ciao, ciao